hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge vom planet zoo und let's play im franchise mode jo immer weg da hallo nicht friezen so aha ein mandrill vorher war so ein otter oder so etwas und der war so lustig ja der ist auch lustig da wollte ich unbedingt zeigen aber sollte nicht immer so lange laden das spiel gut wir müssen nur fortfahren und dafür kommen wir nochmals 100 wie heißen jetzt die punkte man sieht's nie jo wir sind hier am abend mit dem ersten gehege und mit dem ersten vivarium jo und ja ich bin jetzt gerade sehr sehr motiviert weiter zu spielen ja ladezeit immer ein bisschen hoch und ja auch die grafik anforderungen sind manchmal riesig ich habe ja wirklich einmal ein pc absturz gehabt wegen der verhitzung okay wir trotzdem spielen ja geht wahrscheinlich schon auf jeden fall die leute laufen können jetzt eigentlich direkt auch noch mal schauen ein westafrikaner ich dachte ich weiß dass das was sie haben ja ja das sind die die wir haben so äh da drauf da oben ja okay also erdfäckel hätten wir auch fernbuffen antilopen wären cool hier aber da haben wir gerade kein männchen zur verfügung ja pinguine wären cool noch mehr stachelschweinchen wildwund ja gut machen wir ein grösses gehege lebenserwartung ist nicht so gut wie egal so also zuerst mal das gehege machen oh wir bekommen nachwuchs bei den wildschweinchen ja okay die wildschweinchen gibt es nach aber ich will sie ja nicht so nennen aber erdferkel eine ähnliche erdferkel stachelschweinchen so ähm ich bin gerade ein bisschen überfordert so ähm möchte gerne runter wir machen so ja unplatzierte gehege wie möglich ich möchte ja ein bisschen jo weniger random ja mehr random bauen meine ich so sieht doch geil aus hey das das hat Style das ist Art Deko ähm Deko Elemente so ich bin stolz mit wenig Anspruch kann ich gut äh schon bauen ich find's toll okay okay das ist ein bisschen runter gerade auch wegen dem kaufen wahrscheinlich ähm ich wollte die Tiere mal holen diesen hier genau sind okay geht beim ersten Mal spielen beim ersten Mal spielen also mit diesem Projekt oder wo ich ein paar nicht hochladen konnte ich habe ihn zwar hochgeladen aber es war irgendwie ein Ansagefehler drauf und einen gelben Rand und den muss ich zuerst entfernen und ähm dort habe ich echt Probleme gehabt bis ich endlich das das Problem gehabt habe ich habe nämlich zwei Pfosten nebeneinander gehabt das war ein ganz minimaler Spalt und dort hat das Spiel gesagt nein ich darf keine Tiere dort rein platzieren äh die könnten ja ausbrechen und so ganz arm bin ich gewesen ganz arm bin ich gewesen so okay machen wir nochmal stop das ist ja nicht irgendwie eine Glitte so denen geht's gut also die haben hier keine Probleme die sind sehr anspruchslos und die sind so weit hinten gewesen auch die Temperatur und so ist sehr gut was brauchen wir denn Kapazitäten ja wir müssen einfach weiter erforschen also die brauchen nichts kein Essen kein Trinken kein Unterschlupf auch nichts wild und die brauchen eine Gummiente also bekommen sie eine Gummiente geil und ein kleiner Ball bekommen sie auch sind ja Hunde ja passt nicht so aber wir bekommen auch ein schönes Haus zum Beispiel das das gedownloadete was ja aber ich will trotzdem weiter spielen nee ich kann nicht weiterspielen muss ich auch ein kleiner paar mal machen es passt es passt definitiv also irgendwann mal für ein tolles Tier zum Beispiel Komodowaran oder so so mache ich diesen diesen meine Güte weisst du jetzt wo ich Zeit habe mal wirklich schön in aller Ruhe zu aufzunehmen oder nee muss noch diese Wartungsarbeiten sein am Montag am Morgen gehts noch aber nicht müde so einen Dreckshal äh nein Blätterhaufen möchte ich auch noch platzieren und zwar achso nee nein gut und ich möchte mindestens Bäume platzieren das ist ein Wildhund ein afrikanisches Tier äh ja muss ich mal noch herausfinden welches und dann so ein mega grosses Esstablet aber schön bei den Leuten und noch eine grosse Schüssel so wunderbar also sie brauchen ja sonst nichts wenn wir da Wildhund einsetzen bekommen wir noch wild wilder Wein passen die kommen zu den Leuten gut so ein bisschen Auffüller so ein bisschen dazwischen verwenden kann also dann brauche ich noch jetzt muss ich mal kurz schauen es sollte irgendwie Westafrika oder so sein Sahara das Gehege ist nicht gut deswegen doch Gelände ich habe doch ein stabiler Rückzugsort also schauen wir mal Gelände äh wieso haben wir jetzt zu wenig Gras ok ich sollte nicht langes Gras vorher war das ja nicht zu sehen ok ok noch ein bisschen und dann ein bisschen Erde Erde mache ich meistens gerne so ein bisschen um die Häuser so dann ist gut Pflanzen Bepflanzung also es darf natürlich nicht sein immer das was ich will für die Tiere geht nicht ah Jome Graslandschaft Wüste Gras Gras das ist Graslandschaft das ist Nordamerikanisch noch eine Wüste noch eine Wüste das geht heftigst auf die Ram leider einfach ein bisschen doof oder ich möchte euch ja schon irgendwie die beste Grafik zeigen können aber noch weiter runter Raum möchte ich nicht oh das wird das schönste ja Gehege oh was Sprechheit wieso sagt mir das das Spiel nicht früher nein äh ja sieht schön aus ah die habe ich ja auch dort oben man sieht's nicht Kamera ist doof so man die Schritte sind zu groß oh Gott man sieht's ja nicht wo es genau platziert ist ohne die Kamera ständig zu filmen so ja ähm ok Speichern ich kann weiterspielen Hallo Dankeschön gut bin ich glücklich und ich möchte ein bisschen Terraform jetzt habe ich ja ein bisschen genug Zeit eine Kugel eine Kugel und nein ich würde das ein bisschen auferheben aha wie kann ich jetzt das so machen dass es nicht so aussieht wie die man ich möchte so wie Transportfieber die ja so langsam nach oben machen äh ah hier ja ist nicht so schön aber es ist auch viel zu direkt ich würde er einfach so hügel machen ich würde er einfach so hügel machen ja sieht schon viel besser genau schaut euch mal an dieses Talent ich fühle mich so wie ein kleiner Anfänger ohja sieht geil aus meißeln ok es geht runter liegen die jetzt liegen jetzt blöde sache boah ich brauche momentan wieder so viel Grafikleiste hm also die Ram ist total am abbrauchen aber nichts haben ey es wird nicht herum gehüpft ja da wird er jetzt gerade hüpfen jump liegt er jetzt runter ja ok geil dem gefällt's hallo wildhund ja dann wird er halt gewartet das macht mir doch nichts aus ich kann trotzdem irgendwas umbenennen oder ich kann nicht umbenennen ich kann einfach nicht umbenennen Musa ist jetzt des Rudels ok es ist ein Rudel geworden ja das weiss ich dankeschön ok jetzt ist es wieder besser aber jetzt wird es wieder schlechter aber das Spiel ist mächtig schlecht optimiert ja ich weiss ich will trotzdem let's playen ist mir scheiss egal ob ihr wartet oder nicht man wieso ist das ein Multiplayer Modus ich möchte eigentlich ja schon ein bisschen Multiplayer haben aber nicht so viel Müll vorhanden äh hallo werft doch das bitte in den Müll bitte seien sie auch Leute die alles auf den Boden werfen ja ich muss einfach noch ich verdiene noch nicht so ich muss mehr verdienen also ich wollte noch Knaben forschen vorbeischauen aha westafrikanische Stachelschwein genau so ich möchte gerne so Wildhund so und beim ein Tier ist gekommen ja ich weiss ich will aber nie ich will das nicht wissen äh 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 Tierarzt rufen ja die essen keine Menschen die nicht wie ist der entkommen der ist hier drüber ge ah der ist ja noch geflogen stimmt hä ja ich weiss es ist mir trotzdem egal ja haha und man das Spiel stört mich so äh sag mir ich du nicht let's playen und ich so äh ich bin aber süchtig ich muss aber let's playen und dann was macht die jetzt wo ist der andere wehtun da wichtige Warnung ich weiss ja ich weiss ich weiss es speichern lieber noch ja ja also das ist etwas vom nervigsten das muss ich da irgendwie vermeiden können aber es wird halt nie gesagt es wird halt nirgendwo erklärt ja ich spiel jetzt das spiel nicht das ist in einer Stunde und jetzt glaube ich in 10 Minuten Wartungsarbeiten ja ja müssen wir einfach ein bisschen halt wegklicken aber gut also ja ich möchte gerne noch irgendwo Wasser haben am besten ich müsste also noch mal so ein bisschen ich hab noch wenige Geld ähm ich möchte gerne dass ihr da so ein paar ja genau mal Geld investiert hier he he weiss aber nicht wo ich das komme genau niemand hat darf hier trinken ja ja ich weiss ich weiss das liebe Spielentwickler ihr macht so viel Fehler oder habt Fehler gemacht und seid immer noch immer ständig am Wartearbeiten es liegt ja nicht an den Wartearbeiten eher an der Grafikleistung vom Spiel an der Engine und an den ja Texturen von den NPCs und so ok sie sind schon besser als die meisten anderen Spiele aber wenn man schon so schön detailliert Animationen und so macht sollen Texturen schon ein bisschen mehr aufgelöst sein aber ja ist ja nur eine Kritik das ist ja nichts Schlimmes dass ja nicht unbedingt umgesetzt werden was denn wieso können die entkommen was haben die geraucht schieten doch nur kann man die ähm Dinge verbessern die Barrieren kann man die irgendwie so direkt verbessern ja scheinbar schon dann machen wir doch mal Glas 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 das muss ich drücken hallo ich will Glas ja ich weiß es ich will aber Glas also wenn sie sowieso nicht drin sind ist jetzt wo bin ich jetzt schon wieder äh 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 ähm nein und hallo rund schöner rund hey ok die Steuerung muss auch viel verbessert werden hallo ich hab das ausgewählt nein ich will nicht ich muss alles entfernen hier so jetzt lass mich doch mal lass mich einmal einen Boden platzieren einen Zaun platzieren bitte also ok die wollen halt nicht dass man das so macht deshalb mach ich doch ganz schön ganz schön wieder etwas neu ist ganz schön wieder etwas neu ist alles komplett abreisen und alles komplett neu machen und jetzt bitte rund wieso ist am Anfang wieso ist am Anfang nichts rund ich verstehe es nicht ich verstehe nicht wieso die Entwickler so viele Probleme äh haben ein Spiel äh ja einfach und gut zu entwickeln das ist ja das Wichtige du musst es umfangreich und einfach entwickeln und vor allem nicht immer ständig wiederholen bitte das nervt mich und total nein jetzt habe ich schon wieder diesen Zaun ausgewählt also jetzt langsam nervt es man sieht es auch gar nicht richtig also es nervt jetzt richtig gewaltig hey ich will nicht das ganze Geld ausgeben müssen nur weil man das nicht so sieht weil ja die Grafik nicht so ähm gestochen scharf ist auf Entfernung aber jetzt lass mich doch mal den richtigen Zaun auswählen meine Güte also jetzt sehe ich so ein bisschen dass es cleaner ist aber ich habe halt so einen grossen und ja hoch auflösenden Monitor dann sehe ich das halt in Full HD ja nicht mehr so aber da die Aufnahmeprogramme ja immer Probleme machen mit 4K kann ich das halt auch nicht zeigen und auch nicht so gut steuern 4K die Maus hat einfach Probleme noch mit 4K ich muss eine neue Maus haben ich habe schon lange eine geplant zu holen aber die Tastatur war erst sehr teuer und das RZ ging nicht so und deshalb ja ist gut ist gut ich weiss nein ich weiss es hier Astrid so Wildhunde machen scheinbar Probleme sie glitschen sie glitschen einfach so durch wenig Geld ich habe immer noch gleich viel Geld ja ja ich weiss also dann holen wir nochmal so ein Vivarium dann haben wir hoffentlich genau so und das tun wir mal das tun wir einfach hier hin genau neben dem Klo und hier sind die Kloakentiere ich möchte nein ich möchte keine Schlange nochmal ich möchte ein Australisch und Herber das Eich ja genau Oxlottl aber was jetzt haben wir so wenig Geld war ein bisschen zu teuer ok müssen wir warten war ein bisschen zu teuer ok es geht wenigstens bergauf also scheinbar ist hier genug teuer also sollten wir nicht noch teurer machen ich gehe hier mal so fliege dann 5 Cent hoch ah das ist das Informationszentrum ja ist gut und habt ihr Spaß beim zusehen wie ich wegklicke ja ja ist gerade ganz doof gelaufen also doch nochmal so ein bisschen kauft unsere Trinke wir brauchen einfach mehr Geld aber schön die Trinke kaufen und hier wird nicht so geschaut Zvivarium hat gerade Leia welche Beschäftigungs kostete 3D Versaube Schließen, Schließen, Schließen Wasserankassen Farbe, Transparenz was ist das Fenster hinten ist das Fenster 3 nein das ist das falsche Fenster ja so ok Fenster 3 äh Fenster 4 gut also Layout ähm ist gut ich weiß es ich frage mich was denken jetzt die Entwickler wie soll man das checken ja aber ich kann hier nicht draufklicken liebe Entwickler mach doch das mal ich weiß doch nicht was man rein tun kann ich sehe nichts zum rein tun das ist abgott hat ja gar nichts abgott Schlange abgott Schlange ist nicht erforscht also ich muss die Schlange noch erforschen ja ich habe jetzt viel zu wenig Geld wieso kostet alles so mega viel hm hm der braucht noch einige Zeit ok den Wildhunden muss das Beste gehen diese nämlich geäbt ja gut ineffizient Quarantäne überstanden ja ist gut ich weiß nicht ähm ich möchte einfach dass du wieder hier hinkommst ins Gehäte bewegen nein nicht du haha Mann nicht du Haus hier bewegen Tür ja ich weiß hab ich das nicht schon gesagt nö Drago das hast du noch nie gesagt ja Quarantäne abgeschlossen dann mach doch das mal wieder ah ok hey oh ein ganz kleines Symbol hey gut also wunderbar und der andere ist wo schauen ob irgendwas fliegt wegen dem Hügel machen ne nur das hier ein bisschen zu weit fliegt nicht wo ist jetzt der andere dumme Wildhund ha ja ist das vollfällig ok beim Fell haben sie sich natürlich schon ziemlich wege gemacht ok wir haben immer noch positives Geld aber wieso geht es immer runter wo sind denn die teuren Finanzen äh Probleme oder es ist zu teuer die Ausgaben sind zu teuer natürlich Käufe also Gewinn sollte eigentlich steigen aber es geht runter Diagramm Darlehen ich weiß nicht ok jetzt haben wir doch ein bisschen ok jetzt geht es wieder hoch also wir machen Spenden bisschen hin die kosten halt auch wieder ein bisschen aber ja so wenn man die nur mehr sehen könnte eh da ist sie einfach rot ja sie sind einfach mit diesem Rotschild stehen wo ich sie sehe ich zu teuer so gut und hier könnte ich dann noch einen Weg hinstellen oder so dann habe ich hier noch ein ja ist gut also so richtig bin ich jetzt noch nicht so angetan vom Spiel also es ist ein tolles Spiel aber Planet Coaster fand ich damals doch ein bisschen motivierender und cooler da konnte man Sachen ausprobieren und ich weiß nicht die Steuerung hat mir irgendwie besser gefahren dann Spiele auf Besuch wer ist das Batterie Naps kenn ich gar nicht das ist eine Frau sag Hallo können kann ich jetzt auch irgendwo hingehen und einen Zoo besuchen 300 Gäste wir haben 30 sogar ok Jo schauen wir noch ihr ein bisschen zu geht sie hin geht sie den Wildhunden bitte, bitte, bitte die zu meinen Wildhunden die brechen auch nicht mehr aus musst du keine Angst mehr haben haben alles auf einer Phobie auf Wildhunden und auf Regen kauft ihr einen Schirm bitte die haben beide die hat beide schon geschärft gehäge ja ja sorry ich mach da noch ein paar mehr lol wie der Verkäufe hast du ja es macht das Geld dieser Zoo ist klasse dankeschön wir suchen wir suchen Fortschritt ja sie hat schon einen Schirm ok jetzt hat sie einen Schirm ok jetzt hat sie einen Schirm ok jetzt hat sie einen Schirm so die Sauberkeit ist gut die Bildung ist sehr schlicht ja da habe ich aber einfach noch nicht gemacht das Gehege 3 hat 4 Sterne das Gehege 1 3 ja ok also ich bin zufrieden für den Landfall kann man es wahrscheinlich auch nicht so gut besser machen ok und ich habe wieder gut Geld sooo dann haben wir die Forschung auch noch fertig Souvenirladen ein Designs und jetzt machen wir hier mal nichts damit wir mehr Geld bekommen und hier ist jetzt der Beethund Ding dann mach ich noch die Abkurtsschlange äh so ja ja ich weiß ich weiß ich lass jetzt einfach das Spiel noch offen falls es nicht speichert oder so und in einer Stunde jetzt kann ich das nicht mehr wegmachen nein Mann liebes Spiel ey ja weg ach komm schon ja gut das nächste Mal tue ich nicht am Montag am Morgen wenn diese dummen Leute mal arbeiten ähm ja das Let's Play aufnehmen aber ok gut Dankeschön fürs Zusehen ich habe hoffentlich ja habe ich euch nicht irgendwie genervt mit diesem Zeugs aber das konnte ich nicht wissen und ich warte jetzt einfach und wenn du dann das Spiel wenn da unten steht du bist online gut tschüss das ich das 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 das